zum couch tragen haben wir gott sei dank ein paar helfer gehabt weil das pico willst du den schemel noch haben willst du den schemel noch den schemel aus demselben material willst du noch haben ja so ein schemel super geht doch und jetzt kannst du das genauso passend machen dass du alles rein kriegst ganz schön zurecht schneiden mit dem ding sind ja nur die großen schwer zu schneiden die kleinen gehen ja leicht gutes gerät mit dem richtigen werkzeug geht alles mit der säge hätte dich tot gesät also bis gleich so schaut es jetzt aus es wird langsam aber immer noch ein bisschen chaotisch aber wir haben den umzug mehr oder weniger wird man sagen zu 98 prozent am 30 11 hinter uns gebracht ein bisschen was ist noch drüben das holen wir dann vielleicht um 10 11 ab hier so schaut es jetzt aus alles in klar sicht boxen dass man sieht was man hat und nicht nur mal schauen wie es dann hoffen wir mal dass die saison gut wird und dann schauen wir weiter doppelte matratzen na ja auf jeden fall können da jetzt schon mal die die kids schlafen oder ich alleine und die kids im kleinen zimmer und mit der mutter mal schauen so 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 Er hat jedes Mal seinen Namen gesagt, den haben wir nicht vergessen. Weil immer, wenn er gekommen ist, hat er gesagt, I am Cisco, that's why we remember. And anyway, he told me he is not coming this year. Hast du mir doch erzählt, dass du nicht kommst? Zuerst, aber ich habe immer geschrieben, wir werden in demnächst erscheinen. Das habe ich wahrscheinlich gar nicht gesehen. Auf Messenger, oder wo? Nein, da, auf WhatsApp, als Kommentar. Ach so, ich habe mit dem Umzug... Wir werden demnächst dich und die Kokosnuss wieder besuchen, aber kein Datum habe ich besucht. Okay, ja, okay. Umzug, so gut wie vollbracht. Da haben wir noch unseren Hula-Hoop. Wir abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke. Super, give me five. Yeah.